Für die Feldhygiene ist es wichtig, dass Ausfallgetreide und Unkrautsamen nach der Ernte möglichst rasch keimen und auflaufen können. Vorteilhaft kann eine flache Bearbeitung sein, beispielsweise mit dem Rotationsschleifer Grinstar von Saphir, der den Boden bis 3 cm Tiefe bearbeitet. Das Gerät arbeitet mit passiv angetriebenen Rotoren. Der Antrieb erfolgte rein mechanisch über die Bodenberührung der Rotoren. Je schneller man fährt, desto schneller drehen sich auch die Rotoren. Hier ist eine 3 Meter Version in einem Weizen- und in einem Rapsfeld im Einsatz. Als Unterstützung für die vorgängige Zerkleinerung diente eine Messerwalze an der Front. Der Grinstar hat zwei Balken. Bei der 3 Meter Version sind auf jedem Balken vier Parallelogramm geführte Rotoren montiert. Die Rotoren am hinteren Balken arbeiten in entgegengesetzter Drehrichtung zu den vorderen. Jeder Rotor hat einen Durchmesser von 81 cm, weist einen Pendelweg von 200 mm auf und ist mit sieben abgewinkelten Messern ausgerüstet. Die Messer lassen sich für die Wartung über Schrauben lösen. Die gleichmässig flache Bearbeitung wird durch die Parallelogramm-Aufhängung der Werkzeuge sichergestellt. Federbelastete Messerwerkzeuge und ein speziell entwickeltes Druckentlastungssystem im Rotor sorgen für die gute Führung der Werkzeuge. Der erzeugte Druck der Rotoren und der Werkzeuge beträgt 100 kg. Empfohlen wird eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 bis 18 kmh. Der Zugkraftbedarf für diese 920 kg schwere 3 Meter Version wird mit 80 PS angegeben. Im hügeligen Gelände sollten es etwas mehr sein. Ab Werk wird der Grinstar mit einer Rotorstellung von 8 Grad ausgeliefert. Neben der 8 Grad Stellung ist bei wenig Bewuchs eine mit 6 Grad möglich. Die 10 Grad Stellung dient der intensiveren Bearbeitung, beispielsweise in Maistoppeln oder Maistrohgelände. Ausgerüstet war der Grinstar bei dieser Vorführung mit Stützrädern und einer Impulsschiene vor den Rotoren. Diese schlägt vorgängig die Stoppeln auf. Zudem findet mit dieser eine federbelastete Zwangseinebnung statt. Der zweireihige Striegel im Nachlauf sorgt für die gleichmässige Verteilung der Stoppeln und für eine zusätzliche Einebnung. Bei diesem Einsatz lösten sich die Weizen und Rapsstoppeln sehr gut und durchmischten sich gleichmässig mit Erde. Eindrücklich war die Bodenanpassung der Rotoren, auch bei hohem Tempo. In Kombination mit einer Messerwalze werden je nach Material bessere Ergebnisse erzielt. Das Gerät, das in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, unter anderem mit der Technischen Hochschule Köln, entwickelt wurde, kostet rund 30'000 Schweizer Franken. Erhältlich ist der Rotationsschleifer auch in hydraulisch klappbarer Version mit 6 m Arbeitsbreite. Mehr dazu in der Printausgabe von Landtechnik Schweiz.